8. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 14. 14. Alte guter läuft ja bei dir guter ach du lieber guter bei dir läuft es guter was wolle ich jetzt nicht ach Wichsen stimmt cool es klingt doch nach ne menge spaß ne menge spaß allianzsystem das ist schon die ganze welt drauf gefreut seit jahrhundert jahren aber guck wie sie es jetzt weg ich habe ja unser geiles allianzsystem um dann geile allianzen zu systemen zu systemen allianzen zu systemen verstehst allianzsystemen allianz arena wenn du allianz arena machst du allianzsysteme verstehst was ja vielleicht noch mehr allianzsysteme noch mehr allianzsysteme erfahren dann klicke hier mensch 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 die 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 de Das ist vielleicht, weiß nicht, zwei Meter fünfzig mal vier Meter und ich überlege, dass ich ihm unser Schlafzimmer gebe, weil das war mit unserem Schlafzimmer, da schlafen wir drin. Und das ist irgendwie dreimal so groß und dann wollte ich ihm alles neu machen, weißt du, der wird ja jetzt neun Jahre. Dann kriegt er, was weiß ich machen, einen schönen Laminatfußboden und ein paar coole Müll und so. Ja. Das zwackt doch, oder nicht? Ja, das zwackt, alter. Der macht auch Home-Videos, ja. So, Leute, das ist mein neuer Laminatfußboden, alter. Lasst bitte ein Like da in den, oder genau, schreibt einen Comment. So richtige YouTube-Kacke. Genau so was muss man produzieren, da stehen die Leute drauf. Je beschissener die YouTube-Kacke ist, desto mehr Leute gucken es. So, ist es unsere Mathe. Und da. So, wir kommen vielleicht eine kleine Zornspannung. Das war's für heute. ich hab die sträfflingskleidung hier an also nie ich hab nicht vor wenn strafe abzusitzen also aber wenn du rauskommst weil ich bin mit der pfeile ausgebrochen dann ist noch so ein debuff der hast du zwei stunden also halt wenn du in den zwei stunden wieder eingeknastet wirst kommst du für zwei stunden kannst du dich mal mehr probieren auszubrechen und der 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 debuff heißt you watch too much prison break so Okay. Was ist denn die Suppe gegessen? Okay. Chips? Oh, ich muss was auswählen. Okay. Oh, fuck. Komm schon. Das passiert, wenn du kein Set mehr hast mit dem Ding da. Ich habe mir jetzt das Ersatz verschafft. Ich habe einfach alles angezogen, was ich gelootet habe. Da guckst du mir die EP-Menge an, schau mal. Oh, ein Ring! Ja. 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 Na ja. Was? Wo ist meine Frau? Halt die Klinge. Ich auch. Okay, ja, ja, was machst du denn hier zu essen? Wahrscheinlich ravioli.